Servus, grüßt euch bei uns da wieder mal im L.S. auf der Karte Wallsteigen. So, ja, heute filmen wir mal die Flusssandfabrik oder die Kiesfabrik an. Und zwar müssen wir mir da Flusssand einschicken. Es wird da auf alle Fälle Zeit, dass wir uns einen schweren Lader kaufen. Weil das ist mit dem einfach gerecht hat zu kriegen. Da brauchen wir einfach einen für Tausstellen oder Werkwerksarbeiten. Aber einigermaßen funktioniert es. Da hauen wir ihm heute einfach mal ein paar Schaufen rein. Und dann schauen wir, dass wir die Zementfabrik später aktivieren können. Bevor das Achterbahn auch nicht braucht wird. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es braucht bei der Achterbahn von dem. Aber egal. Es ist einfach, dass wir da wieder etwas andere Folge online ist. Also, wir gehen jetzt mal in der Folge. Oh, wir gehen jetzt mal in der Folge. Wir gehen jetzt mal in der Folge. Keine Ahnung, wie viel da man durchbrauchen, weil wir einfach einmal... Ups, 100.000 rein, sag ich einmal. Haben wir hier einen Rind. Ja, kann ich mich um noch drei schaufeln. Wir kriegen aus 2.000 Sand und Kies, 250. Wenn ich 100.000 drin habe, kriege ich 12.000 Kies. Wir brauchen wir aus 12.000 Kies, das ist für die WC. Ich kriege 24.000 Zement. Das ist auch nicht so viel. Ja, weil wir fahren wir da jetzt einfach bis sein. Und dann müssen wir auf alle Fälle wieder einmal eine Folge aufnehmen, wenn es Tag ist. Und dann aber auch ein bisschen finster nügendwie. Einfach scheiße, wenn Winter ist. Da war ich gleich... ...finster ist. ... 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 kleine ... ... ... ... ... ... Mist. Ich weiß jetzt nicht, wo der Tonabes war, aber nicht. Auf alle Fälle haben wir davon geredet, dass Mischration ist zu billig, da verkauft man sie nicht. Mineraldünger ist teuer. 1.000 Liter für 1.820 Euro und 2.800 Liter beim Verkaufen, da brauche ich gerade einen Shop einkaufen und da verkaufen, das passt nicht zusammen. Schweinefutter, ja, darf sich rentieren zum Verkaufen, man sieht es eh, weil sie Probleme haben. Kompost ist mein Getreidespeicher unter. Und das bringt nie mehr als 1.900 Euro, die Sachen. Wo war im März? Da haben wir da verkaufen sie im März. Silage 372. Was bringt dann die in der Biogasanlage? Ja, das ist gleich ungefähr. Gut, dann lassen wir den noch weiterfahren. Dann hören wir mal, der Hund tut die Fabrik voll machen. Damit dann ruhig ist. Ja, war einfach mehr schon ein Erklärvideo. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das der Ton hingehaut hat, ab wann das er hingehaut hat. Egal, gibt es eh nicht. Ich lasse trotzdem in der Telefolge. In diesem Sinne, lasst einen Like da, lasst einen Kommentar da, wenn es einem gefallen hat. Ich denke, bleibt es geil. Ich denke, bleibt es geil. Vielen Dank.